Was in diesem Video passiert? Guckt euch mal den No-Skin an, er hat einfach nur diesen No-Skin-Tanz. Bitte, entmüte mich jetzt mal und mal gucken, was jetzt passiert. Yo Leute, was geht? Flakes hier. Ich bin gerade hier in einem Skin-Contest und hab mich hier oben hingesneakt. Ich hab auch drei Sniper am Start. Und ich werde jetzt diesen Skin-Contest als No-Skin versuchen zu Stream-Snipen. Hier unten ist der Skin-Contest, wie ihr sehen könnt. Lasst auf ihren Like da und ein Abo, wenn ihr mehr Skin-Contest Stream-Snipe sehen wollt. Und tragt auf ihre Mine-Creator-Code Flakes im Item-Shop ein. Und jetzt müsst ihr eigentlich gleich den Skin-Contest starten, ich bin gespannt. Yo Leute, willkommen zu einem neuen Skin-Contest. Und wir haben hier ein paar sehr nice Skins und einen No-Skin, sehr, sehr cool. Oh, da ist sogar ein No-Skin am Start. Stopp, 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 stopp. No-Skin, ey. Hä, was ist jetzt los? Was habt ihr denn gegen mich? Warte, warte. Es ist hier ein No-Skin in einem Skin-Contest. Hä, warte mal. Mommen die denn jetzt, oder was? Hä? Ich check hier gar nichts mehr. Was habt ihr denn gegen mich? Ich hab doch gar nichts getan. Dann könnt ihr den No-Skin jetzt killen. Leute, beruhig mal. Ey, Leute, ich muss, glaube ich, jetzt einfach mal einen Warnschuss machen. Und ich schieße jetzt einfach mal einen ab. Ich Stream-Snap jetzt einfach mal gucken, was passiert. Ja, komm. Ähm... Was, was? Wer wurde... Ey, 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 ey. Einfach, äh, einfach ignorieren. Das sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Stream-Sniper. Einfach weiter ignorieren. So, Leute, macht jetzt alle mal einen Tanz. Okay, der No-Skin macht Tanzschritte. Oh mein Gott. Mal gucken. Okay, okay. Ah, grenzwertig. Grenzwertig. Guck euch mal den No-Skin an. Er hat einfach nur diesen No-Skin-Tanz. Ey, die Elite-Agentin mobbt ihn einfach. Hab ich euch getan? Lass mich doch mal bitte... Oh, okay, verlass doch einfach. Ich bin mal auf hier. Ich will doch auch noch Spaß machen. Ey, warte mal. Ich muss mal Bahnschüsse machen. Was machen die da? Aua, warte auf. Ich hab euch doch gar nichts getan. Ey, wie süß. Das ist sogar ein Mädchen, glaube ich. Der No-Skin ist ein Mädchen. Guck mal, du bist ein No-Skin. Du hast keine Tänze, du hast keine Skin, du hast gar nichts. Warum ist das denn so schlimm? Ey, lass mal in Ruhe. Der hat Skin-Contest. Oder mal auf. Das hab ich denn nicht gemacht. Ey, das kann doch nicht sein. Warum sagt der Skin-Contest die da nichts? Der muss doch irgendwas sagen, dass die da aufhören sollen. Leute, Leute, geht an eure Plätze. Wir machen wieder weiter den Skin-Contest. So macht das wirklich keinen Spaß. Macht jetzt alle mal einen Emoticon. Also so einen Sticker, der am besten zu eurem Skin passt. Mal schauen. Oh, die Zone kommt gleich. Ich werde jetzt in die Zone gehen. Ich hoffe, die gehen jetzt auch alle in die Zone. Ich hoffe, die bemerken das. Und dann werde ich mich einfach im Skin-Contest einmischen. Auch als No-Skin. Und mal schauen, was der Skin-Contest leitet. Und die Mobber dann sagen werden. Das macht nix. Gut, zu Raz passt das Emote leider gar nicht. Sorry. Ich hab leider keine richtigen. Leute, kommt alle mit mir in die Zone. Wir gehen jetzt alle miteinander in die Zone. Und da machen wir unseren Skin-Contest weiter. Oh, okay. Die gehen in die Zone. Ich werde mich auf jeden Fall gleich einmischen. Ich bin so gespannt. Ey, warum ist denn No-Skin weitergekommen? Was für ein Name. Hä, warum? Was hält ihr denn gegen mich? Du bist ein No-Skin. Du hast keine Stauern. Du hast gar nichts. Lass dich doch bitte einfach hervor. Was ist so? Lass dich doch bitte einfach hervor. Hier vorbei rennen, aber ich seh die noch nicht. Was hab ich euch denn getan? Warum lässt ihr mich nicht einfach irgendwo mitspielen? Oh Mann, ich halte doch nicht. Leute, beruhigt euch alle. Leute, geht alle mal hier ans Ufer. Stellt euch um den See rum. Wo sind die denn? Ah, da sind die. So, Leute, dreht euch mal zu mir. Schauen wir mal weiter, was es hier für tolle Skins gibt. Okay, ich hab mich eingemischt. Oh mein Gott. Bemerkt ihr mich? Nein. Oh, noch ein No-Skin. Warte, wie noch ein No-Skin? Bitte. Bitte. Leute, ich entmute mich jetzt mal und mal gucken, was jetzt passiert. Hallo, hallo, ich wollte mich... Lass ihn doch einfach in Ruhe. Ich wollte auch mitmachen. Es ist doch alles gut hier, oder? Hä, aber... Lass ihn doch einfach in Ruhe. Ihr seid so gemein. Gebt mal einfach weg. Guck mal, wir sind zwar No-Skins, aber wir können doch auch mitmachen. Auch No-Skins sind Skins. Wisst ihr, wie ich meine? Hallo, warte, warte, warte. Es ist ein Skin-Contest und kein No-Skin. Oh mein Gott, warte mal. Warte mal, du hast den Loser-Tanz gerade gemacht? Wieso machst du den Loser-Tanz? Hä, weil ihr No-Skins seid. Ihr habt keine Skins. Ihr habt einfach gar nichts. Ey, ey, wie heißt du? Du bist doch ein Mädchen, oder? Du No-Skin. Bist du ein... Ja, ich bin ein Mädchen. Du bist ein Mädchen, wie heißt du denn? Ich heiße Leni. Ey, Leni, komm mit, wir müssen in die Zone. Guck mal, die sind so... Ey, das ist so nervig. Ey, Skin-Contest-Leiter, was ist eigentlich mit dir? Wieso sagst du nichts dazu? Also, keine Ahnung. Ich habe denen gesagt, ich soll an deren Plätze. Die machen einfach gar nichts. Ich habe gar keinen Bock hier. Können wir aber trotzdem mitmachen? Wir können doch ein bisschen mitmachen, oder? Nein. Also, wir gewinnen. Hä, wieso? Warum sagen da die ganze Zeit Leute, nein, ich check das nicht. Ihr dürft nicht mitmachen. Ihr seid No-Skins. Ihr habt keine Skins. Ihr habt gar nichts. Also, also... Ihr glaubt, dass ich auch nichts habe, oder was? Hä, du bist ein No-Skin. Ein No-Skin. Du bist ein No-Skin. Kauft dir erstmal lieber Skins und dann können wir weiterreden. Ich rede nämlich nicht mit Gelingenfalls. Leute, wir werden doch bestimmt den Skin-Contest gewinnen, ich und Leni, oder? Nein. Nein, das ist ein No-Skin. Also, diese ganzen Beleidiger haben schon mal bei mir einen Punkt Minus, weil Beleidigen... Habt ihr gehört? Leni, hast du das gehört? Die haben einen Punkt Minus. Ja, das habe ich gehört. Hört einfach auf, uns fertig zu machen, okay? Genau, hört mir zu, okay? Ey, guckt euch mal diese dreckigen No-Skins an. Was hast du denn? Ja, reicht doch. Ey, guckt euch das an. Guckt euch das an. Einfach Loser. Einfach Loser. Einfach Loser. Alter. Und vor allem, ihr tut jetzt bestimmt, dass ihr OG seid. Guck mal hier, der Recon-Expert. Du denkst, du bist OG? Ja, ich bin der Krankeste. Hey, ich bin auch OG. Ja, wahrscheinlich bist du der Krankeste. Wahrscheinlich. Komm, da hinten wird schon aufgebaut. Anstatt hier zu mobben. Mach doch beim Skin-Contest mit. Beim Skin... Ja, dann geh raus. Dann machen wir weiter. Ist doch die anderen so die einfachen Ruhe mitspielen. Was habt ihr denn gegen uns? Die OGs sind hier die No-Skins. Also, Entschuldigung. Skin-Contest, Leute. Macht doch einfach weiter den Skin-Contest. Komm. Stellt euch jetzt einfach hier auf, Mann. Stellt euch auf. Wir machen jetzt... No-Skins, verlass doch einfach die Lobby. Ihr habt... Ey, lasst doch einfach mal. Ey, es reicht doch langsam. Hört jetzt endlich auf und macht jetzt mal so einen richtig, richtig seltenen, so einen richtig coolen Tanz. Also so zum Beispiel von so einer Kooperation. Ich hab da Tausende. So, Leute. Hier machen ein paar gar keine Tänze. Also, was ist... Ey, hör doch auf. Hört auf. Ey, hör doch auf. Ey, hör doch auf. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Ey, ey. Hier, Leni. Leni, Leni. Nimm das hier. Hier, hier, hier. Ey, könnt ihr mal aufhören? Was ist das? Ey, ich muss euch was sagen. Ich muss euch was sagen. Hallo. Könnt ihr mir mal zuhören? Könnt ihr mir mal zuhören? Das Skin-Contest hat gar keinen Sinn mehr. Ähm, ihr solltet einfach rausgehen, dann würde das Skin-Contest... Nee, das sind unsere Plätze. Hä, was kennst du mich? Ja, wie? Was kill ich dich? Das hat doch keinen Sinn so. Was kennst du so? Warum hast du dich jetzt kennst? Ja, weil du die ganze Zeit sagst, dass ich ein Nose-Game bin, obwohl das nicht stimmt. Du tust mich hoch. Ey, du bist doch ein Nose-Game. Nee, ich find's gerecht. Nose-Game gut gemacht. Ey, Recon-Expert, komm mal mit. Ich will mal nur mit dem Recon-Expert hier reden. Ja, was ist? Leni, komm auch mal mit. Und Ghoul-Trooper, du auch. Ja, ihr seid beide OG, oder wie? Ja. Ja, wahrscheinlich seid ihr... Soll ich euch mal was zeigen? Zeig mal. Zeig dein Nose-Gin-Tot. Was? 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 Ja, wie was? Was? Mehr habt ihr nicht zu sagen, oder was? Was ist jetzt los mit euch? Ich bin doch mal weg. Na, tschüss. Wie? Du bist mal weg. Hä? Hat der gelieft? Hä, Leni? Hast du das gesehen? Warum sind die denn jetzt gelieft? Ich weiß nicht. Wenn man die konfrontiert, sind die dann immer weg direkt. Könnt ihr noch reden? Einfach komplett los. Sind die auch vom Discord raus? Hä? Ich glaub schon. Die sind auch vom Discord rausgegangen. Die haben wir ja mal komplett hops genommen. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wenn wir jetzt zu dritt hier Skin-Contest machen. Du bist ja gar kein Nose-Gin. Nee, ich bin kein Nose-Gin. Nein, ich wollte eigentlich gerade ein Video aufnehmen und das Stream-Snapen, das Ganze. Warte mal, hast du gerade gelacht? Hast du gelacht? Äh, nein. Ähm, nein. Gar keiner. Die Gewinner sind die beiden Nose-Gin. Killt mich. Nimm mal die Waffe hier. Du darfst ihn töten und du gewinnst das Ganze. Hier. Wie sie läuft. Oh mein Gott, so süß. Wie kann man Nose-Gin nicht mögen? Komm, mach es einfach. Komm. Und jetzt? Mich kannst du auch hops nehmen. Ich schenke dir auf jeden Fall den Sieg. Hier. Danke schön. Cool, ne? Leute, das wird es mit dem Video gewesen sein. Wir haben die OG-Skins, beziehungsweise die Fake-OG-Skins hops genommen. Lasst auf Ehren ein Like da und ein Abo. Kuss geht raus. Euer Flakes. Ciao.